Hallo, heute sind wir im Europar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Having the access to these animals here in controlled conditions give us the opportunity to do science and to learn about the species in a way in which we can help the animals in the wild. Donoparque Fundación has a project in Kilowatt conservation in Gibraltar Strait. Now it has been running for more than 10 years. And some of the information that we have get from our animals in Orca Ocean has been really critical to understand, for example, how the Kilowells in Gibraltar Strait are eating on the different species of prey that they have available. And it has been very helpful for the Spanish authorities to build a conservation area, a marine protected area, specifically for Kilowells. Thanks to all the information that we have gathered with the in-situ conservation project but also with the experiments that have been done with our orcas in Orca Ocean. Loro Parque Fundación Loro Parque Fundación to invest really a big amount of money to preserve the animals in the wild. This year we are going to spend $1,700,000 in over 40 conservation projects all around the world. Some of them focus on parrots, some of them focus on marine animals like killer whales, dolphins, marine charters or sharks. And in our 25 years of life we have invested $90,700,000 for biodiversity conservation. That's the big impact of a modern zoo. We have the capacity to raise funds to help the animals in the wild and also to use them as a model for research that can also be helpful for the animals in the wild. So with the third pillar, which is the education, the modern zoo really is a perfect tool to preserve the biodiversity and to counterfeit the extinction. In Loro Parque Fundación Wir sind sehr glücklich, dass Ulla mit uns mit uns Und sie hat uns die Möglichkeit, zum Beispiel, zu studieren, wie die Ecolocation der Kilo-Wels entwickelt wird. Wenn es etwas, was von einem Kilo-Welt-Calf gemacht wurde, seit ihrem Leben, oder wenn es etwas, was sie gelernt haben. Mit der Hilfe der Danish Institution haben wir eine Soundtrap, das ist ein Hydrofon, und wir haben die Soundtrap für mehrere Stunden und Tage gemacht. Und wir haben die erste Ecolocation gemacht, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Ecolocation ist. Und wir haben auch die Chance, zu haben ULA in unseren Facilitäten, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Kilo-Welt-Dialecte der Kilo-Welt ist, oder die Neu-Welt-Calf gemacht wurde. In diesem Fall gibt es eine weitere Herausforderung, die Morgang, ihre Mutter, ist der Kilo-Welt. Wir können nicht wirklich eine Art und Weise lernen, der Dialekt der Kilo-Welt, aber wir werden wahrscheinlich ein bisschen anders lernen, von der anderen Kilo-Welt. Für uns ist es sehr interessant, zu verstehen, wie ULA lernt, die Dialekt der Kilo-Welt. und wir werden mit einer der Kilo-Welt auf die Kilo-Welt. Das war die Kilo-Welt. Und wir werden mit einer Gichtung von der Kilo-Welt zusammenhören. Und wir werden von der Kilo-Welt. Oder wir werden mit einer Gichtung von der Kilo-Welt. Was sind die AkkC,? Schreibt eure Fragen jetzt unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich immer einen Like sehr freuen, damit ihr kein neues Video mehr braucht, könnt ihr unser Kanal kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.